Wir haben gerade unseren Jahresbericht 2023 veröffentlicht und ganz herzliche Einladung, einfach mal auf unsere Webseite zu gehen und hineinzuschauen. Wenn ich an das letzte Jahr denke, war das ein Jahr, was von großen Krisen, ja, Kriegen geprägt war, in der Ukraine, im Nahen Osten, im Sudan oder auch die Naturkatastrophe, das Erdbeben, die Türkei, in Syrien und die weltweite Hungerkrise, gerade in Afrika. Überall dort leiden tausende Menschen, insbesondere Kinder, unter größter Not stehen teilweise vor dem Nichts. Und die ALS World Vision haben in all diesen Konflikten, in all diesen Kriegsregionen Menschen, Kindern geholfen, haben ihnen eine bessere Perspektive gegeben. So konnten wir in über 50 Ländern insgesamt 15 Millionen Kinder erreichen in unseren Entwicklungsprojekten. Drei Millionen Menschen mit sauberem Wasser versorgen und elf Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln. All das war nur möglich, weil großzügige Menschen uns unterstützt haben. Dafür möchte ich ganz herzliches Danke sagen. Und bitte, unterstützen Sie uns weiter. Die Not ist größer denn je. Gemeinsam können wir diese Welt ein Stück besser machen. Vielen Dank. Die Not ist größer denn je.